Yeah, yeah, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute. Freunde, wir spielen heute einen Dino-Death-Run-Race mit vier verschiedenen Welten. Blah, 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 yeah. Mit der meistern liebe Dave-Night. Was geht? Ich bin der Lama. Let's go. Freunde, ich dachte mir, wir ziehen heute Dave-Night mal wieder ab. Schade, deine Skin-Kombi ist nice, aber dein Skill dafür nicht, Digga. Weißt du, und da es auch für mich langweilig ist, traust du dich vielleicht, um Fuffi zu spielen? Bro, ich sag dir all of all, wir machen 100 Euro. So, wir sind 100 Euro fähig. Ja, locker. Okay, Freunde, dann sehen wir uns gleich im Diff-Run. Okay, Freunde, jetzt sind wir im Race angekommen, Freunde. Dave, wir gehen beide auf Startposition und es geht los, wenn die Barrieren weg sind, Freunde. Und anscheinend kann man sich ja auch ein bisschen gegenseitig trollen, hat der liebe Dave-Night gesagt. Er kennt die Map wohl ganz, ganz klein ein bisschen. Und habe ich jetzt ein Item bekommen? Ich habe ein Item bekommen. Ich könnte dich jetzt damit einfach so killen, ne? Okay, nice, Leute. Wir haben einen Checkpoint. Dave fällt ganz, ganz weit hinten. Wir holen uns auf wieder das nächste Item, Digga. So. Ich bin jetzt mal ganz, ganz auf Troll-Basis, Digga. Komm. Ja, nice, Digga. Und ankläffen. Ankläffen. Und... Schade, ey. Leute, ich habe aber noch einen. Noch ein Troll-Item, Digga. Oh, moin. Oh! Oh, gegen den dicker Troll, Digga. Warum bist du unten wieder gespawnt? So, jetzt gehe ich dir, Dig, nach vorne. Gar keinen Sinn. Gar... Guck mal, siehst du das? Ah, jetzt bin ich wieder... Hä? Freunde, er hat gar keinen Sinn, der Geh, habt ihr selbst gesehen. Ja, erstmal, alter nicht. Oh, ein WK wacht Auge auf mich. Sniper! Oh, schade, Digga. Ich hätte jetzt ein bisschen gefühlt, wenn ich dich getroffen hätte. Ah, wir klettern hier den Schwanz hoch, Digga. Das sind alles meine Dings da. Kanal-Mitgliedschaften. Dieser riesen Dino-Schwanz. Let's go! Ach, du bist so ein 31er, Digga. Er ist so ein 31er, Freunde. Er tut... Ach, Digga, ist das Schmutz von dir. Echt. Wee! Dave! Hab ich dich echt? Ich bin vorne hinter dir. Jo. Na? Sag mal, wie geht's dir? Hoffentlich gehst du down, Digga. Schade, Digga. Aber ich bin vor dir. Freunde, wir sind vor Dave. Egal, scheiß drauf. Solange ich hier als erstes durchkomme und Dave Knight jetzt von mir gedau... Jawoll! Ich hab extra drauf gewartet, dass du da reinläufst. Hast du dich auch extra killen lassen von mir? Nee, 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 nee. Schade. Du weißt schon, Digga, du musst ins Ziel reinkommen irgendwann, Mann. Ja, ich weiß, Digga, aber du trollst mich jetzt... Trollst mich schon zu sehr. Ohne trollen für die nächsten 10 Sekunden. Okay, ich hol mir so eine Orb, Digga. Und jetzt gib ihn. Jetzt, 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 jetzt komm ich, Digga. Jetzt komm ich von hinten. Hä? Ja, ja, alles gut. Ich bitte mal. Ach, labern wir nicht voll, Digga. Das Einzige, was du machen kannst, ist, wie in Mario Kart mit Items gewinnen, obwohl da gewinnst du halt nicht mehr durch Items, weil du einfach da so auch so schlecht bist, Digga. Yo. So, adieu. Adieu. Was? Du hast es jetzt geschafft? Oh mein Gott. Adieu, Digga. Adieu. Oh mein Gott. Adieu, Digga. Siehst du das? Das ist, was du wirklich mit dem Krieg anlegst. Das ist ja echt... Oh, ganz easy, Digga. Ganz easy. Guck mal, hier, Dave. Siehst du mich? Siehst du mich noch? Hallo? Round Ending in eine Minute? Erste Map easy gewonnen. Erste Map easy gewonnen, Digga. Sag ich dir, wie es ist. Schade, Dave, dass du dich mit mir messen wolltest. Hä? Oh mein Gott. Ich hab dich aufgelenkt. Gar kein Sinn. Gar kein Sinn, Digga. Oh mein Gott. Ja, wieder durch Items gewinnen. Digga, du bist so ein Schmutzi. Echt. Richtiger Schmutzlord, Digga. So, noch drei Sekunden. Ey, wie perfekt ich diese Anlehrungsgranate. Ja, die war echt aufbett, Digga. Da hab ich gewonnen. Ja, schade, Digga. Ja, wo du hast du gewonnen, Digga? Du Schmutz. Zweites Rennen gewinn ich, Digga. Okay, bist du bereit zu verlieren, Digga? Ja, absolut, Bro. Ja, absolut, sagt er. Okay, automatisch, falls, Digga. Ja, das ist das ultimative Rennen. Also, Real Talk. Wenn ich das jetzt failure, Freunde, dann mach ich nie wieder einen Devron auf meinem Kanal. Damit ihr Bescheid wisst. Oh, toll, Antage. Ja, man muss gucken, wo man bleibt, Digga. Weiß ich, Mann. Man muss gucken, wo man bleibt, Digga! Sniper! Oh! Oh mein Gott! Digga, das war insane! Ich glaub das ganze ist einfach durch meinen Lama Körper gefallen! Komm diese Runde tryern wir mal Freunde, weil damit der Dave sich nicht krass fühlt So, Easy. Freunde, easy! Dave wusstest du, ich heiße nicht umsonst Deathrun König, Bruder! Das K in MBK steht für König. Das D in MBK steht für Deathrun, Digga. Und das L für MBK steht für lustig. Das ist richtig. Zum Glück heißt es L-MBK. Finde ich gut. Finde ich nett, dass du sagst, dass ich lustig bin. Echt, Kuss, Kuss, Kuss an dich. Ja, Bro, ich trye heute jetzt aber mal, ne? Und jetzt seht ihr das ganz, ganz gekonnt. Und da bin ich wohl, let's go! Gute Miene, Digga. Ganz, ganz gute Miene hier von Dayflat geschmissen. Schade. Freunde, das ist ein Best-of-Three. Das heißt, wenn Dayflat jetzt gewinnt, dann habe ich halt verloren. Aber wenn ich gewinne, äh, habe ich gewonnen. Nein! Oh mein Gott, bist du schlecht, Digga! Bist du schlecht, Digga! Oh mein Gott, Freunde. Wir haben die zweite Runde gewonnen, Leute. Aber wir kommen jetzt zur entscheidenden Runde, Freunde. Das ist die dritte Runde. Schön, 1-1. Und er schmeißt dir immer noch irgendwas. Digga, komm lieber ins Ziel. Bis gleich. Okay, Freunde, die letzte Runde ist jetzt, by the way, auch die entscheidende Runde. Und wir spielen die jetzt hier in Gletscher Lake oder, oder, was stand da? Glacierlacke? Weg mit dir! Ja, schade, schade. Aber ist okay, ist okay. Holst du da mal einen kleinen Vorsprung. Aber, den brauchst du auch. Weißt du, wie ich mein? Ja, ja, klar, Dave. Den brauchst du auch, Dave. Oh mein Gott, habe ich dich getroffen? Ja, ja, du Egel. Hä, wie geht das hier? Ah, lol. Oh, schade, nein. Was? Eisfüße? Boah, zum Glück ist kein Jump-Fatigant. Das hätte mich jetzt komplett zerstört. Bringt zwar, bringt nichts, weil ich direkt hinter dir bin. Aber, okay. Weg mit dir! Vielen Dank, Digga! Oh mein Gott! Ja, reingejobbt, alles gut. Freunde, das kann jetzt der Wind für uns sein. Das kann der Wind für uns sein. Ja, daneben getroffen, Digga. Hast du den durch und da hinten auch schon das Hut-Death-Finish-Line, Digga. Siehst du das, Dave? Siehst du das? Siehst du das? Das ist passiert, wenn du im Krieger lügst. Ah, ist erst mal ein Checkpoint, beruhig dich. Ist halt jetzt da, Checkpoint, Digga. Egal. Ja, nicht mal lesen kannst du. Merkst du das? Brauche ich auch nicht, weil ich kippe davon ab. Okay, ich wurde nach hinten gepostet. Nein, er ist direkt neben mir. Er ist direkt neben mir. Er ist direkt neben mir. Nein! Komm, nimm den Boost, Digga. Ja, nimm den Boost. Fall rein. Oh mein Gott, Digga. Wie kann ein Boost so schlecht sein? Das ist der Bayerisch-Trip-Trip. Nein, du Egel, Digga. Das ist der Bayerisch-Trip-Trip-Trip-Trip-Trip-Trip-Trip-Trip-Trip. I'm gonna swing from the Chantilly here. Wie du die gut nutzen wolltest. Na ja, ich hab's gesehen, Freunde. Und da oben ist der nächste Checkpoint. Wir rushen direkt durch, weil... Nee, Digga. Hä? Was muss ich jetzt machen? Okay. Ah, schade, Dave, dass du mich jetzt gerade hinten... Ah, moin, Digga. Deutschsprache, schwere Sprache. Hi, ich bin Tim. Die Momentum-Jumps des Dooms, Digga. Und Neos, Digga. Und Neos. Und da vorne ist die Finish-Line! Fein, Dave, Digga. Wir warten noch, ganz kurz. Ground-Ending, Digga. 50 Sekunden. Vorhin hat Dave nicht so lange gebraucht. Ja, schade, dass er daneben geschmissen ist. Komm, Dave. Komm. Ja. Ja, fein. Ja, fein. Bist du auch endlich da? Komm. Hey, das ist doch frech. Wieso ist das frech? Du bist einfach nur schlecht. Dave, was sagen wir zu ihrer Niederlage? Ja, ich schick da das Geld für Fax, dann würde ich sagen, gleich durch. Perfekt. Freunde, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, checkt gerne den lieben Dave Knight ab. Der ist jetzt kurz vor den 43.000, glaube ich, ne? Ja, genau. Ich bin kurz vor den 59.000, Leute. Lass gerne, gerne ein Abo da. Freunde, wir sehen uns später zu einem Livestream. Bis gleich! Äh. Also, ich bin gleich gleich auf Twitch. Yeah. Ciao. Ciao! Ciao!